Wir sind beides Personen, dass Sebastian und ich jede freie Sekunde einfach in der Natur verbringen. Und wir wissen gleichzeitig, dass auch unsere Gesellschaft extrem erlebnisgetrieben ist. Was vielen aber dabei fehlt, ist das richtige Equipment. Wir wollen erreichen, dass jeder Mensch vor einer Kaufentscheidung beim Thema Auto-Equipment zuerst an eine Miete über Needed denkt. Mit Needed bieten wir eine Plattform, wo jeder unkompliziert das richtige Equipment findet. Alexander und ich sind der Meinung, dass wir in einer totalen Wegwerfgesellschaft leben, wo ein Produkt kaufen und dann eigentlich gleich wegwerfen oder viel zu selten zu verwenden, eigentlich total allgegenwärtig ist. Und wir waren eben der Meinung, das können wir ändern und das müssen wir ändern. Weil wir schaffen eigentlich mit jeder einzelnen Miete, die über Needed getätigt wird, der Natur etwas Gutes zu tun. Die Technologie bei uns spielt eine enorm große Rolle. Also Needed würde ohne Technologie im Hintergrund natürlich nicht funktionieren. Das ist der Grundpfeiler, wie wir es schaffen, Leute miteinander zu vernetzen. Ich für mich definiere den Begriff Zuhause wirklich als einen Ort, an dem ich mich wie Zuhause fühlen kann. Und als Needed wollen wir genau dieses Lebensgefühl, das sich jemand Zuhause fühlen kann, vermitteln. Ohne Macher würde man nicht vorankommen. Und jeder Einzelne, der einen Beitrag leisten kann, der ist für uns alle extrem wichtig. Needed denkt jetzt schon an die Zukunft. Wir denken heute schon an das Morgen.